Hallo zusammen! Am Samstag, 25. Mai, spielen wir Guitar Mic, Chris Raggetz und die ganze Band an der TCS Dörfsechnik im Komoli Areal in Bremgarten. Und wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen, dass wir alle kommen und mit uns das Fest zusammen feiern und bringen schönes Wetter mit und haben eine Party zusammen. Am 3. Mai fängt die Festwirtschaft an, am 5. Mai ist die Törfsechnik, dann am 06.00 Uhr geht es los mit dem Convoy durch die Region, also mit dem Törfgorsl. Und dann am 07.00 Uhr, wenn wir alle zurückkommen, dann fangen wir an mit der Live Music Country, Blues und Rock'n'Roll bis zum Abend am 10.00 Uhr. See you there! Genau, bye bye! In the Cloud, in the Cloud, that's where your memories have to go. In the Cloud, in the Cloud. ... ... ... ...